Änder deine Fräse, Alter! Polier die Mauer voll wach! Ich hab's jetzt schon zehnmal. Ich werd verfolgt von Männern mit Zauberstäben. Die Strafe! Einschuss auf seinen... Einschuss auf seinen rechten... Ja, genau. Wir schießen seine Kneecaps weg, Alter. Okay, okay, machen wir. Ja, Digga, dein Auto hat bei mir keine Grafik. Deswegen, ich muss raten, wo alles ist. Das... Das sieht halt... Oh mein Gott! Ey, das sah so aus, als ob du ein Lambo hinten drauf hast. Ey, hast du ein Lambo hinten drauf? Was? Digga, warte! Ich mach wildig an, warte. So, das sah grad aus wie... ...dieser darf im Maul... Oh mein Gott! Ich... Wie soll ich das grad beschreiben? Ist so... Ich kling... Ich kling doch wie... Ich kling doch wie verrückt, Alter! LKW mit einem Lambo drauf, wo ein LKW drin ist. Ey, guck mal, da ist noch so ein Ghost-LKW... Da ist so ein Schatten-LKW in dir drin. Ich... Weißt du wie man dieses Schatten-LKW auch nennt? Fuckin' Schatten, Digga! Hey, soll ich Cash holen? Okay. Hey, kennst du wie diese Bauer... Ich... Kennst du wie diese Bauer... ...weiß das... Ein-Nasse... Wie die so ein-Nasen-Loch zuhalten... ...und... ...und dann so... ...pusten... Wie nennt man das? Wie nennt man das, Digga? Ja, halt, wenn die so ein-Nasen-Loch zuhalten... ...und dann so... ...Machen wir es doch! Ja, auf jeden Fall, das ist halt so ein cooler Life-Fach, weil... ...man kann so hart... Wie denn das? Was für Geräusche... Digga, was? Das ist halt einfach so ihr eigenes Leben, diese Maschine... ...was schmelzig... Ja, woher weiß... Woher weiß die Maschine... Woher weiß die Maschine, dass da Messlicht... ...ok... ...ich bin so... Ich bin so ein wildes Tier... ...und du machst grad ne Doku über mich... Guck mal, das ist... Ich dachte halt ernst... Ich dachte halt ernsthaft, dass du das so witzig finden wirst wie ich... Obwohl du halt so gar nichts machst... Du hast halt gar nichts gemacht... ...du hast dich einfach nur bewegt... ...und ich so, Digga, guck mal... Ja, geräusch... Ah! Witzig, da geil ist! ... im Kont SUS39...